Wer hat Lust auf ein bisschen Origami? Das heißt, wir basteln uns ein nettes kleines Papierbötchen, warten darauf, dass es regnet, hoffen allerdings, wer hat Lust auf ein bisschen Origami? Und zwar heißt das, wir basteln uns ein nettes Papierbötchen, warten jetzt auf ein bisschen Regen, lassen dieses Bötchen die Straße runterfahren, hoffen allerdings inständig, dass das nicht irgendwo in der Kansation landet, denn dort leben obskurerweise neben Krokodilen auch Clowns und zu denen gehört vor allem Pennywise the Dancing Clown. Und herzlich willkommen Filmfans zu einer neuen Figurenvorstellung und heute geht es endlich um den allerersten, um den Original Pennywise, an den sich natürlich der neue Pennywise dargestellt von Bill Skarsgård natürlich ganz klar messen muss. Tim Curry hat hier neben seiner Rolle, mit der er natürlich in den 70ern seinen Durchbruch hatte, als Dr. Frankenfurter an The Rocky Horror Picture Show, einen wirklich absolut ikonischen Schorken gestaltet. Muss man jetzt mal sagen, obwohl das Ganze nur ein TV-Film war, ist mitunter das, wenn man sich so an die positiven Dinge an diesen zwei Teilen erinnert, ist es vor allem die Performance von Tim Curry, die nach wie vor ungebrochen ist, die faszinierend ist. Und natürlich wird es interessant nächstes Jahr sein, ob sie es geschafft haben, ihn für einen Gastauftritt für den zweiten Teil der Kinoverfilmung zu verpflichten, denn jetzt seit ein paar Jahren geht es ihm nicht mehr so gut. Er hat sich eigentlich aus dem Schauspiel ein bisschen zurückgezogen, vor allem krankheitsbedingt. Und wäre natürlich interessant, auf der einen Seite gab es natürlich immer wieder diese Idee von einer Dokumentation über S, aber da habe ich damals auch öfters mal meine Meinung zu kundgetan, dass ich jetzt das nicht so toll finde, ihn für die Kamera zu zerren, halt in diesem eher so nicht so guten Zustand, ja, um es jetzt mal besser zu umschreiben. Ja, Nika selber, und das habe ich sicherlich schon in diversen Videos gesagt, wo ich halt auch Figuren von Nika vorgestellt habe, haben sich halt in den letzten Jahren extremst gemausert und diese Realtools-Reihe, in der natürlich viele bekannte Figuren, vor allem aus Horrorfilmen, rauskommen ist, muss ich sagen, einfach tippitoppi, da kann man absolut nichts gegen sagen. Deswegen bin ich halt auch schwach geworden und musste schon ein bisschen mit dem kleinen Pennywise spielen. Das soll er mir hoffentlich an dieser Stelle verziehen, aber dennoch möchte ich ihn heute euch ein Stück weit zeigen, denn ich muss sagen, es ist eine wirklich sehr, sehr gelungene 7-Inch-Figur, eine nette, feine, kleine, aufgemachte Action-Figur, die mit einigen Goodies wieder daherkommt. Natürlich wieder in dieser sehr, sehr schön aufgemachten Fensterbox, die natürlich mit diesem sehr, sehr bekannten Artwork hier, mit dem guten Tim Curry daherkommt. Das ist sicherlich das wohl bis dato bekannteste Artwork, das es überhaupt gibt, also andere Artworks zu es, dem TV-Filmchen, kenne ich eigentlich so an sich nicht. Hier hinten haben wir natürlich die übliche Aufmachung, in der wir natürlich einige Bilder haben, wo natürlich der gute Pennywise auch die anderen drei Wechselköpfe, die in diesem Set unter anderem enthalten sind, auch auf hat. Also man kann wirklich einiges mit dieser Figur natürlich wieder machen. Hier unten haben wir natürlich ganz klar die Samtfassung, was sich hier inklusive noch drin befindet. Also wir haben ein Papierbötchen, wir haben halt insgesamt vier Austauschköpfe, wir haben dann natürlich noch sieben Austauschhände und sieben Ballons. Ja, sieben Ballons. Beim anderen Pennywise waren sie da ein bisschen sparsam gewesen, was die Ballons angeht. Ja, dann hat das Ganze natürlich wieder einen schönen Klettverschluss, diese Fensterbox und wie ihr seht, haben wir natürlich auf der Seite nochmal ein schönes, schönes Bildchen von dieser Figur in Pose, natürlich sehr, sehr passend gestaltet zu einer ganz bestimmten Szene aus dem ersten Teil, was wirklich sehr, sehr toll aussieht und auf der anderen Seite natürlich haben wir den guten Herrn und ich muss sagen, wirklich, also ich bin echt, echt begeistert von dieser Figur. Es gibt wirklich nur wenig zu beanstanden und hier haben wir natürlich ganz klar die Lasche, wo wir das aufmachen können, wie es gewohnt ist. Wir haben hier allerdings insgesamt zwei Plastik-Trays, denn die Ballons selber mussten ja auch nochmal befestigt werden und ich habe den guten natürlich dann auch nochmal festgemacht, weil mir in der Regel ist es natürlich so, dass ich die Figuren, wenn ich sie zumindest für die Videos auspacke, dass ich die danach aber auch wieder einpacke und dann eigentlich auch in der Verpackung lasse. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die Ballons selber, das sind halt so mit Hartplastik halt, unterschiedliche Farben, was natürlich auch wieder sehr schön auffällt und das Ganze mitten im Drahtgestänge, das höre ich jetzt nicht raus, das ist eine ziemliche Fummelarbeit. Dann haben wir unten natürlich das Papierbötchen, was anders als das von dem neuen Pennywise, natürlich nicht aus Plastik ist, sondern wirklich aus Papier, was ich wirklich eine sehr, sehr coole Idee finde, aber da muss man natürlich auch aufpassen, echtes Papier kann natürlich schnell kaputt gehen oder einreißen und hier haben wir natürlich den Herrn und der kann es natürlich nicht erwarten, mal wieder aus der Verpackung rausgeholt zu werden und was ich sagen muss, ist, dass er wirklich recht schwer ist, dass er wirklich sehr, sehr massig daherkommt, auch was sein Clownskostüm angeht, aber das ist wirklich sehr, sehr schön verarbeitet, auch das Sakko hier mit den einzelnen kleinen Details, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Wir haben natürlich einige Artikulationspunkte, und man kann natürlich auch den Kopf bewegen, was schon ein bisschen schwierig ist, deswegen habe ich auch so mein Problemchen, auch die Köpfe auszutauschen, deswegen wird das in meinem Leben sicherlich nie funktionieren, dass ich das irgendwie hinbekomme, außer ich schaue mir irgendwelche Hilfsvideos an, wie man denn die Köpfe abbekommt und dann auch wieder passenderweise draufkriegt, aber naja, egal. Ja, wie man hier sieht, haben wir natürlich hier einige wirklich Beweglichkeiten in den beiden Armen drin, was ich natürlich auch sehr schön finde, und deswegen können wir diese auch so zombie-mäßige Pose hier einnehmen, ja, hier nennt sich gerade der Gute der Kamera. Dann haben wir natürlich hier so diese ganzen Falten, die schön eingearbeitet worden sind, dann natürlich diese drei Bommels hier, hier oben im Oberkörper haben wir natürlich auch ein Stück weit, ein bisschen eine Beweglichkeit, jetzt nicht allzu viel, aber zumindest ein bisschen, ja, und hier hinten hat man natürlich auch da noch zwei Gelenke selber, also dieses Bein hier lässt sich großartig, also ohne Probleme bewegen, das hier ist schon ein bisschen schwieriger an sich, und auch die Füße lassen sich ohne Probleme natürlich dann auch ein bisschen verdrehen, oder eigentlich komplett um die Achse herum, also ich muss sagen, das sieht wirklich sehr cool aus, und wenn man sich mal das Gesicht anschaut, ja, das ist wirklich dieser schöne, klassische Pennywise, ja, Blick selber, der echt zum Fürsten ist, also ein wirklich krantliger, bösartiger Clown, hinter dem sich noch viel mehr verbirgt, ja, ein kinderfressendes Etwas, ja, naja, gut, in dieser Verfilmung war es dann am Ende eine gigantische Spinne, aber das ist natürlich so eine Sache für sich. Ja, dann kommen wir natürlich zu den ganzen Kleinigkeiten, und da fangen wir natürlich erstmal mit dieser netten Rassel hier an, die, ja, ja, jetzt so an sich nichts Besonderes ist, wenn man sie sich mal so anschaut für den Details, ja, ist es schon vollkommen okay, wenn man es jetzt so in Lichtverhältnissen an sich noch erkennt, ja, also ist ganz nett, dieser Krachmacher, dann haben wir natürlich hier dann noch die ganzen Hände selber, die wir natürlich dann mal wieder hier rausfummeln werden, ja, und, ja, die haben sich natürlich dann schon mal hier festgemacht, und da haben wir dann erstmal hier so diese obligatorische, diese obligatorische Faust, nein, runter, wie im alten Rom, da kann man natürlich austauschen und kann natürlich dann die Luftballons da draufstecken, wie ihr seht, ja, ist jetzt nicht so megamäßig detailliert, weil das halt so diese Handschuhehände von Pennywise sind, aber sieht schon ganz gut aus, dann haben wir natürlich diese Hand hier, da kann man natürlich dann auch die Luftballons reinstecken, sieht auch ganz gut aus, und man muss halt nur aufpassen, so, das kenne ich noch von früher, von anderen Figuren, wo man eigentlich, wo es keine Wechselhände gab, aber plötzlich hatte man die Hand dann plötzlich, ja, dann ab, und hier natürlich noch dieser wirklich zeigende Finger, was auch sehr, sehr cool aussieht, und ich zeige, ja, gerade auch auf euch, meine Zuschauerschaft, bei diesem Video, und das sieht wirklich, muss ich sagen, schon sehr, sehr cool aus, ja, dann kommen wir natürlich auch noch zu den Monsterhänden, die Pennywise hat, die natürlich auch sehr, sehr schick designt sind, ja, muss man einfach mal so sagen, aber die auch so, da muss man auch schon ein Stück weit aufpassen, dass man die nicht irgendwie so ein bisschen abmacht, aber hier von der Farbe her, und die Krallen, so, das sieht wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr cool aus, vom Design her gefällt mir das richtig gut, bei der Hand hier genauso, ja, und da natürlich auch wieder die Gelenke, beziehungsweise, ja, wo man das draufsteckt, also, sieht auf jeden Fall cool aus, macht einiges her, und jetzt kommen wir allerdings zu meinem absolut persönlichen Highlight, und das sind die drei noch zusätzlichen Köpfe, die sich in diesem Set befinden, und die mir wirklich, ja, von Mal zu Mal immer besser gefallen, also, der finale Kopf, den ich euch als letztes zeige, ist sicherlich definitiv mein absoluter Favo, wenn ich ihn auf die Figur draufpacken würde, hier haben wir natürlich noch so dieses, dieses freundliche, grinsende Gesicht, aber man sieht langsam so, wie die Zähne, wie er so die Zähne ausfährt, und das ist wirklich von der Struktur her sehr schön verarbeitet, das Einzige ist natürlich, dass man hier so diese Nahtstelle erkennt, wo das, ja, zusammengeklebt worden ist, aber ansonsten sieht das wirklich, muss ich sagen, sehr, sehr cool aus, also von den einzelnen, die Ted-Tides ist das wirklich absoluter Wahnsinn, ja, auch so die Haare, wie schön die gearbeitet worden sind, also, wirklich sehr, sehr cooler Kopf, dann natürlich, äh, der zweite Kopf ist dann, ja, da ist er dann nicht mehr so nett drauf, sondern der hat ja wirklich schon einen dämonischen Blick drauf, und der Mund ist auch schon ein Stück weit offener, und die Zähne sind noch mehr rausgefahren, hier, ja, das ist an der Stelle nicht so sauber verarbeitet worden, beziehungsweise ist was abgegangen, aber die Naht ist wirklich sehr, sehr passend, und das sieht wirklich von den Farben wirklich sehr, sehr cool aus, also es gefällt mir richtig gut, aber mein persönlicher Favorit ist ganz klar, der nicht mehr so gut aussehende Pennywise, ja, nachdem er halt diese Verätzung hier abbekommen hat, nachdem sie, ja, der Club der Verlierer halt was auf ihn draufgeworfen hat, was, ja, sein Ton nicht so vertragen hat, und hier er ja wirklich den Mund noch mehr aufgerissen, und diese sehr dämonischen Zähne, also wirklich sehr, sehr böse, das gefällt mir richtig cool, das sieht wirklich 1A aus, ist richtig toll von den einzelnen Details, also das ist mein absoluter Favorit, wenn ich jetzt den Kopf austauschen würde, dann würde ich definitiv den drauf machen, und dann auch die Monsterhände dran packen, dann passt das definitiv da, also wirklich der absolute Scary Pennywise, ja, das war es jetzt auch insgesamt, eigentlich mit dieser Figurenvorstellung, also ich habe euch jetzt eigentlich so alles gezeigt, also ich muss sagen, für gut 30 Euro kann man echt nicht meckern, liefert hier Nega wieder eine gewohnt gute Qualität ab, was den guten Pennywise, aber auch alles andere angeht, die das Super und so, also ich muss sagen, da hat Nega sich wirklich absolut gemacht, und es wird jetzt natürlich auch noch ein paar andere Figurenvorstellungen geben, in den nächsten Wochen, wo ich natürlich noch ein bisschen was anderes euch von Nega zeigen werde, und ich muss sagen, ich kann hier eine absolute Kaufempfehlung aussprechen, natürlich habe ich das auch schon für den neuen Pennywise gemacht, also beide Figuren machen sich wirklich sehr gut in der Sammlung, bei mir ist es halt so, dass der Gute jetzt dann wieder in die Verpackung verschwinden wird, und dann sicherlich auch nicht mehr rauswandern dürfte, weil er mir einfach zu schade ist, ihn irgendwo hinzustellen, daher kann es sein, dass er dann wieder irgendwie ganz, ganz unglücklich von irgendjemandem zerlegt wird. Ja, ihr könnt mir natürlich in den Kommentar reinschreiben, welcher Pennywise euch am besten gefällt, von den Figuren, wer auch eigentlich allgemein euer liebster Pennywise-Darsteller ist, ja, mal schauen, wer da das Rennen macht, also ihr könnt alle eure Gedanken wieder in die Kommentare reinposten, das war es jetzt auch mit dieser Figurenvorstellung zu Pennywise aus der TV-Verfilmung IT aus dem Jahre 1990, wir sehen uns auf jeden Fall wieder zu einer neuen Figurenvorstellung oder zu einem anderen Video hier auf diesem Kanal, ciao, euer Chris. und dann geht's. Vielen Dank.